Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spüre mir wieder Star Stable Online beziehungsweise das Update von Star Stable Online vom 9. Januar 2019 ist da und ich bin heute ein bisschen später dran, weil ich hatte heute einen Sleepy Start into the Day, aber ich dachte mir, am Geburtstag ist es absolut in Ordnung, dass man noch ein bisschen länger wie sonst mit den Hundis im Bett kuschelt, nachdem Nick natürlich in der Schule war. Es gibt neue Clyde Stails, wie ihr hier schon seht und sie kosten 750 Star Coins. Sie sind ab Level 12 kaufbar. Sie sind kältebeständig wie die Ersten und das ist der Erste, der aussieht wie ein bisschen zu groß geratener, sehr roter Haarflinger, ein Lichtfuchs, ein Flexen Chestnut. Dann haben wir hier den zweiten und zwar ein wunderschöner Black Sabino. Der sieht richtig niedlich aus. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie einen zweiten Black reingebracht haben. Der einzige Unterschied, also bis auf die paar Flecken, ist, dass dieser Black eine andere Mähnenfarbe hat, was ich natürlich auch wiederum ganz cool finde. Und der letzte im Bunde ist mein Favorit, den finde ich sehr, sehr schick. Das ist ein Bayfarbener, wie wir hier unten schon sehen, der aber schimmelt und gerade im Moment am Ausschimmeln ist. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass Star Stable so ein Pferd gemacht hat, wo man noch sieht, das war mal ein Bay, also die Standardfarbe, die man hatte. Er ist aber ein Schimmel und deswegen schimmelt er eben gerade aus. Ich finde es mega besonders. Ich schätze, das Pferd ist so um die 5. Kommt das hin? Kommt das hin? Kommt das hin? Ich hatte noch nie einen Schimmel, aber ich glaube, mit 8 sind die meistens schon komplett weiß. Finde ich irgendwie eine ganz coole Idee von Star Stable. Die Glides haben alle Stärke 4, Disziplin 2, Ausdauer 1 und sonst keine Werte. Ich finde ihn mega süß, aber dadurch, dass ich in den Championaten absolut zu dumm für die Glides Tales bin und ich ja schon eins habe, werde ich mir, denke ich, keines kaufen. Ich finde sie auf jeden Fall sehr, sehr süß. Wie gesagt, mein absoluter Favorit ist der hier. Der sieht richtig besonders aus und wenn ich nicht schon so viele Pferde und keine Kohle, Leute, ich habe nur 600 Star Coins, keine Kohle hätte, dann hätte ich mir, glaube ich, den kleinen Mann auf jeden Fall auch noch gekauft. Am Ende des Videos werden wir uns auch noch den Soul Rider Pferden widmen, die Star Stable auf Social Media gespoilert hat. Und jetzt gehe ich erst nochmal zu Eddie und Ferdinand. Wie gerade schon angesprochen, ist die letzte Station für die News. Bevor wir uns die Soul Rider angucken, Eddie und Ferdinand. Eddie und Ferdinand sind zurück, dieses Mal in Fort Pinta. Und da stehen schon ein paar alte Abra, die ich so süß finde, wenn sie nur irgendwie ein bisschen andere Animationen hätten. Und da sind wir auch schon bei den Soul Rider Pferden. Star Stable hatte auf Social Media, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram gepostet, dass die Soul Rider Pferde ja nicht nur fertig sind, das wussten wir ja bereits, sondern dass alle drei neue Tag bekommen haben. Meteor hier ist nicht ganz so besonders, denn, ja, das ist letztendlich nur ein neues Set. Interessant wird es tatsächlich zum Beispiel bei Starshine, glaube ich, heißt er. Denn er trägt ein Bosal. Viele sagen, es ist ein Hackamore. Leute, ein Hackamore ist was ganz anderes. Ein Bosal ist das, was wir hier jetzt gerade sehen. Ein Bosal fügt quasi Druck auf den Nasenrücken aus. Und dadurch kann man das Pferd reiten, das Bosal, zeichnet sich dadurch aus, dass es ja immer so aussieht wie hier. Es ist ein Nasenriemen, dann gibt es einen Riemen über die Öhrchen und dann wird es hier zusammengebunden zu Zügeln. Das ist immer so. Ein Hackamore sieht ein bisschen anders aus. Ein Hackamore ist eher angelehnt auf ein Bit, dass man quasi gebisslos reiten kann. Und als letztes haben wir Tin Can. Tin Can hat eine mega sportliche Ausrüstung dran. Er trägt keinen Sattel, sondern hat hier nur einen, wie nennt man das, einen Sattelgurt mit Steigbügeln dran. Und erinnert ein bisschen ans Voltigieren oder eben auch an die Anlehnung an gebissloses Reiten, wobei er nicht gebisslos geritten wird, aber gebissloses Reiten und ohne Sattelreiten und so weiter. Ich finde es mega schön und Star Stable hat so ein bisschen rausblicken lassen, dass es sein könnte, dass wir die neuen Gegenstände tatsächlich auch selber bekommen könnten. Ich persönlich finde es Wahnsinn, denn vor allem zum Beispiel die Araber sehen in einem Bosal wundervoll aus. Meine Freundin, die hatte früher einen Araber und die hat ihn immer mit Bosal geritten und ich finde, das sieht richtig klasse aus. Dann war es das aber auf jeden Fall von diesem Video. Als allererstes natürlich vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!